Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bezüglich der DeLonghi ECAM 22110B. Und wir decken heute mal gemeinsam auf, wie viel Milliliter Bezugsmenge man überhaupt einstellen kann. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, wie man diese Bezugsmenge reguliert und nach den persönlichen Vorlieben einstellt. Aber es kam die Frage auf, Kai, wie viel Milliliter kann ich denn überhaupt einstellen? Geht es über die maximal voreingestellte Menge? Geht es nicht? Ja, und genau das klären wir nach einem kurzen Intro auf. Wie eingangs erwähnt, gab es hier eine Frage und da bedanke ich mich schon mal für die Community, die fleißig Fragen schreibt und mich an irgendwelche Sachen erinnert, die ich falsch gemacht habe. Und so war das jetzt auch ein Kommentar vom Stefan. Ich lese das kurz mal vor. Danke für das tolle Video. Das geht natürlich runter wie Öl. Wie viel Milliliter können maximal über die Taste großer Kaffee eingestellt werden? Viele Grüße, Stefan. Er meint jetzt über die große Kaffeetasse entweder diese einzelne oder die doppelte. Das werden wir dann gleich mal machen. Das Geheimnis, jetzt muss ich mal wieder hier meine Einstellung machen, da war meine Frau vorher dran, bei diesen Einstellungen ist ja eine Sache schon vorab festgelegt. Wir können nur diese Tasse hier ändern, weil hier unten bei diesen doppelten Tassen verdoppelt sich auch dann die Milliliterangabe. Ja, jetzt hat der Markus auf meine Antwort geschrieben, weil ich hatte schon ein Video gemacht, das muss ich jetzt leider hier löschen, weil ich habe mich einfach nur auf diese große Tasse bezogen. Das heißt, ich habe dem Stefan dann geschrieben, Stefan, ich habe es durchgetestet, es geht hier nur maximal 120 Milliliter durch, habe aber den Kaffee vergessen. Und bei meinem damaligen Video, das hat der Markus richtig erkannt, gingen hier beim Einstellen mehr als 40 Milliliter durch. Ich habe das nochmal nachgemessen und da habe ich gedacht, da kann doch was nicht stimmen. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal komplett neu. Ich habe hier 1,7 Liter Wasser im Tank, also der ist komplett voll und wir testen beide Bezugsarten und auf was für einer maximalen Menge die automatisch stoppen. Weil ich habe ja die Möglichkeit, diese hier lange zu drücken, dann fängt es an zu blinken. In dem Moment, wo der Kaffee ja pumpt, beziehungsweise man die Pumpe hört, lässt man los und dann drückt man wieder drauf, wenn man die gewünschte Menge erreicht hat. Und das machen wir nicht, also wir drücken da nicht drauf und warten mal ab, was er hier fabriziert. Jetzt habe ich mir schon zwei Sachen zusammengeholt, weil wir haben ja hier unsere Bedienungsanleitung. Und hier können wir nachlesen, dass bei einem Espresso 40 Milliliter und bei einer Tasse Kaffee 120 Milliliter, das ist die Vorgabe, da habe ich mir hier praktisch einen Behälter markiert. Das sind jetzt die 40, muss ich gucken, das sind, nein, ich habe es falsch markiert, ich habe hier die 60 Milliliter markiert. Also ich habe mir nicht die 40 markiert, sondern die 60, das muss ich jetzt nochmal machen. Irgendwas hat mich da geritten, es ist früh am Morgen und hier habe ich mir auf jeden Fall die 120 markiert. Ich würde sagen, das berichtige ich jetzt schnell. So, 30, 60 und in der Mitte liegt die 40. So, jetzt haben wir hier die 40 markiert. Ich habe hier so ein Edding fürs Whiteboard, das geht auch wieder weg. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Espresso, das heißt, die 40 ist hier vorgegeben. Wir merken uns die imaginäre 60, die war hier kurz oben drüber und mal schauen, wie viel Espresso der hier jetzt von sich gibt. Ich würde sagen, lassen wir den in der Mitte stehen. Der dürfte normalerweise keinen Einfluss darauf haben, aber ich stelle ihn jetzt mal auf Maximum und wir drücken die Taste für den Espresso. Es fängt an zu blinken, ihr seht das ja jetzt auch. Und dann muss man abwarten, wann er anfängt zu pumpen. Jetzt fährt die Brühgruppe in die Position. Und jetzt lassen wir unsere Taste los. Also wir haben praktisch gehört, wie hier das Wasser fördert. Das ist unser Augenblick. Und wir sehen, jetzt haben wir schon die 40 Milliliter erreicht und er hört immer noch nicht auf. Jetzt sind wir schon fast über die 60. Das ist natürlich jetzt auch noch die Crema, die sich absetzt, aber wir sind hier schon weit, weit, weit über die 40. Jetzt ist natürlich die Frage, wer möchte so einen Espresso? Aber ich bin mal gespannt, wo es aufhört. Der Behälter hat, glaube ich, um die 300. Ja, so. Jetzt gucken wir mal. Normalerweise müssen wir jetzt kurz abwarten, weil jetzt bildet sich die Crema hier oben und man sieht hier, wie sich in dem Plastikbehälter, die Espresso-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich fast schlagen, den Espresso in einem Plastikbehälter rauslassen. Aber ich gehe jetzt mal hier rüber und schaue mal, was wir erreicht haben. Und zwar 180 Milliliter. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, diese Skala, aber das sind hier so knapp 180 Milliliter. Also, lieber Markus, hier meine Berichtigung in Videoform. Da hast du recht. Damals waren das mehr als 60. Ich konnte mich nicht mehr an das Video erinnern und habe hier, ja, froher Dinge, einfach den großen Kaffee getestet. Also, beim Espresso, die maximale Menge sind hier die, ich sage es nochmal, ja, 180. Wahnsinn. Ich setze natürlich die Frage, ob sich das hier durch diesen Doppelten verdoppelt. Müsste normalerweise so sein, aber nehmt es mir nicht böse. Ich will jetzt nicht den hier, guckt euch die schöne Crema an. Ich glaube, ich schlürfe den jetzt in der Zeit aus diesem Kunststoffbehälter raus. So, ich würde sagen, wir gehen schnell weiter und machen es hier mit unserem großen Kaffee. Das ist jetzt die Antwort für den Stefan. Hier haben wir die Markierung für 120. Die war vorgegeben. Und wir machen nochmal die Aktion. Wir drücken die Taste. Das Malwerk fängt an. Hat so ein leichtes Pfeifgeräusch mittlerweile bei mir. Und jetzt schauen wir mal, die Lampe blinkt. Und jetzt warten wir, bis der Bezug anfängt. Der Bezug heißt ja, jetzt waren wir ein bisschen später als vorhin. Ich hoffe, dass es klappt. Aber normalerweise ist das jetzt nicht hier eine Sekundensache. Das dürfte auch so funktionieren. Es läuft, es läuft, es läuft. Auch hier sieht man wieder eine wunderbare Crema. Wer das Video Crema Ventil tauschen nochmal sehen möchte, einfach mal oben rechts klicken. Ist keine große Sache. Aber bei denjenigen, wo die Crema nicht einen guten bündigen Verschluss oben hat, ist das vielleicht eine Option. Also rein mit der Crema sind wir jetzt schon über die 120 Milliliter gekommen. Das ist natürlich eine Hausnummer. So, jetzt warten wir mal ab. Also im Verhältnis zum Espresso, muss ich hier wirklich sagen, hatten wir hier nicht so eine Erhöhung der Bezugsmenge. Wir schauen mal rein. Also das waren die 120. Dann denke ich mal, dass wir hier vielleicht eventuell bei 150 Milliliter angelangt sind in der einfachen Version. Sprich, wenn das jetzt natürlich auch klappen würde, das muss jeder zu Hause bei sich mal ausprobieren, könnte man bis zu 300 bis 350 Milliliter aus diesen zwei Tassen rausbekommen. Das ist natürlich interessant für die Thermoskan-Fans. Aber ich habe das ja schon sehr oft erwähnt, wenn ihr wirklich nur Kaffeetrinker seid und dann tut euch den Gefallen und kauft euch eine normale Filtermaschine. Und wenn ihr wirklich einen guten Kaffee mit einer leckeren Kaffeebohne wollt, holt euch vielleicht noch eine Mahlmaschine. Es gibt da ja diese automatischen, da kann man ein bisschen Geld investieren und dann drückt euch einfach den Kaffee durch den Filter. Ein Kaffeevollautomat ist normalerweise in erster Linie geeignet, wenn man Kaffeespezialitäten, Latte Macchiato, Cappuccino oder sonst irgendwas oder vielleicht auch mal einen kurzen Espresso rausgedrückt. Ja, aber für den Kaffee Lungo, für den Kaffee Americano, wie sie alle heißen, also die ganz normalen Kaffeespezialitäten, ist dann so eine Filtermaschine besser geeignet. Das war es jetzt, meine Aufklärung, wie viel Milliliter beziehe ich mit der großen Kaffeetaste und mit der Espresso-Taste, wenn ich die Einstellung nicht manuell unterbreche. Also, die Fragen sind beantwortet. Ich freue mich natürlich wie immer über fleißig Kommentare unten drin, wenn hier noch irgendwas offen ist. Ja, dann bedanke ich mich, würde mich über einen Daumen hoch freuen, über neue Abonnenten und sage bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.